Es sind jetzt... vier Maschinen sind gerade über dem Flugfeld bei Bologna. Ja, da sieht keiner die Speed, die mich behauptet. Ja, irgendwer stürzt runter. Ja, ich glaube, du bist frei, oder? Ja, die Speed ist im Moment vorne. Achso, dann ist hier noch eine zweite Speed, ich sehe hier direkt über dem Ufer eine Speed, die gerade über Lisa geht. Ihr seid schon über Wasser? Ja, ja, warte, ich glaube, die Lisa, das ist schon die. Nein, 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 da ist definitiv eine zweite. Okay, oh ja, jetzt habe ich die scheinbar unter 6. Eine 190, die jetzt runterstürzt, kriegt die zweite Speed am Arsch. Ah ja, sie ist. Der will, glaube ich, eigentlich mir helfen. Ja. Oh, hat auch ziemlich gut getroffen. Hat aber jetzt selber 6. Oh, da ist eine Plenni über den Schiffen hier. Hat denn jemand gesagt, dass es unsere Schiffe sind? Achso, nein. Äh, deren Schiffe. Achso. Nein, 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 sorry, das ist hier eine 110, keine Plenni. Ja, das bin ich. War es nur noch eine 100, äh, eine zweite 110 hier. Okay. Also war ich ein wenig verwirrt gerade. Okay, ich komme gerade hinter der 110 ein. Hast du einen Nachtjäger, oder? Ja, ja. Okay. Dann bin ich gerade an dir vorbeigesaußt. Die G50 sind heute auch ziemlich geil abjagt. Oh, scheiße, jetzt hat ich es nicht. Ja, ja. Ich sehe es. Ich komme hier leider an keine der Speedis so richtig schön ran. Die kurbeln alle wie die Verrückten gerade. Eine brennt jetzt sehr schön. Ich habe einer einen Querhuder weggeknallt. Ja, hier ist noch eine G50 außerdem. Ja, Richtung Flugfeld. Vor mir ist ein Speed. Ja. Ja, mindestens zwei Stück hier. Ich habe der Speed mit dem einen Querhuder nochmal draufgegeben. Ja, ich kann mich eigentlich auch direkt nachher abschießen lassen. Also eine G50 direkt auf dem Flugfeld mit der Speed. G50 hat mich anscheinend gerammt. Ei, ei, ei. Das Flugfeld ist unseres, oder? Boulogne, ne. Okay, ich muss die Maschine hier in Not landen. Okay. 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 Ja, zumindest überlebt. Ich habe zwar jetzt nur noch eine 109 mit jeweils zwei halben Flügeln, aber gut. Ich habe dafür die Speedfire ordentlich zusammengeschossen. Ja, ich hasse diese Dogfights am Deck, weil da alles einfach wild am Kurholen ist und man kann keine schönen Schüsse aufgeben. Ah, wenn du weite Bögen fliegst und sie dann erwischt, wenn sie irgendwie gerade am Maximum ihres Turns sind oder hochziehen, dann... Ah, das ist eine 109 und eine Speed. Da helfe ich doch gleich mal die 109 versuchte Speed davon zu steigen, hängt aber jetzt irgendwie komplett in der Luft. Aber die Speed auch gleich. Oh, weite ist frei. Dürft wohl ein Bomber sein. Mhm. Es ist noch nicht ganz rein Kontakt, aber das scheint... Ah, jäger zu sein. Ja, Speed läuft davon. Gut, ich lasse mich nicht da nehmen. Jetzt da ans Deck ziehen. Ah, eine 110 mit einer Speedfire am Arsch über Bologna-Stadt. Ah nein, das ist keine 110, das ist eine 88. Die Speedfire setzt sich dahinter. Das ist die Art von Gremi und Anbau. Also, eine 1-1-2-2-2-3-2-4-3-4-3-4-4-4-4-2-4-5-4-4-5-4-5-4-4-4-5-5-4-5-5-5-4-5-6-5-5-5-4-5-5-5-4-5-4-5-5. Hast du es nach Hause geschafft noch? Ich habe sogar der Plenny, die ist weggeflogen, habe dir in Kreuzen noch was mitgegeben, die rechte Höhenflosse weggeschossen. Sehr schön. Die Spity, die jetzt die 88 angegriffen hat, habe ich jetzt auch noch mal beschädigt. Nice. Da fliegt es über Wasser aus, aber die lasse ich mal. Ich komme sicher bald den nächsten. Ich mache langsam Feuer abends. Okay. Ist Greif noch unterwegs, der ist aber am SUV, oder? Ja, wenn ja, überführt vielleicht BR20. Oh, vielleicht wird es jetzt ein leichter Server ab, weil Steam, zumindest der Client, ist bei mir offline. Okay, Tab funktioniert bei mir zumindest noch. Ja, aber dann wird vielleicht das Maintenance Update da auch bald dabei sein. Ja, das meine ich. Das war ja glaube ich bislang noch nicht, aber da wird es dann auch schon langsam Zeit. Ja. Tab funktioniert nicht mehr, also Server ist glaube ich weg. Ja. Na ja, schade. Ja. 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 Ja.